Tom Sawyer! Thomas Sawyer! Thomas Sawyer! Der Unterricht hat vor 35 Minuten angefangen. Ich hoffe, du hast eine Entschuldigung für deine Verspätung. Oh ja, Sir, die habe ich. Eine sehr gute. Na raus damit, vorwärts! Ich hab mich noch mit Huckleberry Finn unterhalten. Das sollte keiner von Toms besseren Tagen werden. Er war noch nicht mal auf dem halben Schulweg, als ihm schon auffiel, wie heiß es war. Und wie immer, wenn ihn der Teufel ritt, kam er zu mir. Huck! Huck! Wach auf, komm schon! Steh auf! Warum denn? Weil es genau das richtige Wetter zum Schwimmen ist. Ich wünschte mir nur, dass Tom versuchen würde, etwas besser zu lernen. Und dass er lernt, pünktlich zum Essen zu kommen. Also, ich habe ehrlich versucht, so gerecht wie möglich zu teilen. Aber ich bin viel hungriger als du. Hä? Aber ich bin viel größer. Ach, komm, beeil dich, Jim. Wir wollen erst mal nachsehen, was der Fluss uns mit dem Hochwasser runtergebracht hat. Enthülle ich euch jetzt das Geheimnis meiner Abschuld haben. Ich bin der letzte Duffel. Of course's kind! Ich bin der letzte Duffel. Untertitelung des ZDF, 2020